Nachdem wir jetzt gerade das Season 3 abgeschlossen haben und jetzt im Beginn der Season 4 sind, will ich hier doch ein bisschen was machen und es abändern, wie gesagt, wo ich ja sagte, dass ich immer dann halt nur drei Rennen aufzeichne, das erste Rennen, das letzte Rennen und immer zum Vertragsverhandel, um jetzt für mich ein bisschen Zeit, sei jetzt mal zu sparen und um Umkehrschluss aber für euch mehr rauszuholen, in dem Sinne, eigentlich muss ich ja zumerken, die letzte Season, also Season 10, will ich immer noch weiter wie geplant haben, wenn bis dahin die neuen Strecken drin sind, dass ich dann die letzte Season komplett durchfahre, mit denen sind ja eigentlich 21 Rennen, auch wenn da oben steht 20 Rennen, dann seht ihr Monaco ist gesperrt, was ja vorher eine andere Strecke ist, die gesperrt war, die habe ich dann halt nur getauscht, das war glaube ich vorher in Shanghai, die gesperrt war, dann habe ich dann halt in Monaco gesperrt, aber in Shanghai reingenommen, das heißt eigentlich sind es 21 Schrecken, drei Schrecken fehlen noch, das heißt in Season 10 wird es dann halt 24 Schrecken geben, vielleicht auch 25 Schrecken geben, je nachdem wie viele Schrecken noch nachgleicht werden, aber Season 10 will ich wie bis jetzt auch beibehalten, dass Season 10 komplett alle Rennen gefahren werden sollen, und da hatte ich ja gesagt, dass dazwischen halte ich nur maximal drei Rennen aufzeichnen, jetzt will ich jetzt aber so handhaben für Season 4, erstmal vorläufig, ich gehe nicht auf 16 Rennen, ich gehe auf 10 Rennen runter, und zwar möchte ich halt eine Old School Season machen, so wie es praktisch vielleicht in den 90ern oder Anfang der 2000er waren, und ich entferne erstmal alle Strecken, weil ich eine andere Reihenfolge haben will, und zwar fangen wir an mit Australien, Spanien, Monaco, Kanada, dann machen wir Österreich, Großbritannien, Ungarn, Belgien, Italien, Fuck, immer noch ein, zu viel, obwohl, ja doch, äh, Japan, also 91er und Anfang der 2000er gab es das schon, gab es die Strecken gab es ja alle schon, 16 sind für mich persönlich zu viel, und dann gab es auch, weil normalerweise würde ich jetzt noch Brasilien reinnehmen, eigentlich, nicht, ach, ich hätte das wieder abgekennert, ja, 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 Italien, Monaco, Spanien. Wenn man jetzt nach klassischen Strecken gehen würde, also die immer noch das gleiche Layout haben. Dann, Kanada, Österreich, Großbritannien müsste eigentlich rausfliegen, weil es zu der Zeit ein anderes Layout war, als wie dieses jetzt. Weil nach Startenziel, der erste Sektor, was ihr recht sehen könnt, die ersten paar Kurven, die sind ja nicht dementsprechend richtig. Dann müsste ich das so machen. Bei Spanien kann man noch ein Auge zudrücken, weil das ist ja praktisch, die Schikane ist ja praktisch immer noch am gleichen Ort, nur halt ein bisschen vorgezogen. Da kann man es bei Spanien ein Auge zudrücken. An der einen Stelle Frankreich ist ja hier komplett eine andere Strecke, wie es damals war. Und wie gesagt, bei Großbritannien ist das schon praktisch der erste komplette Sektor anders, wie es halt in den 90er, Anfang der 2000er waren. Deswegen fliegt der jetzt hier in dem Sinne raus. Bei Spanien ist es halt auch im letzten Sektor, das ist ja praktisch Ende des zweiten Sektors, ist ja die Kurve etwas verfrüht, und zwar sie haben ein paar Meter weiter hinten. Wie gesagt, es ist aber nichts dramatisch in Form von Änderungen, weil die Kurve eh nach links geht und nicht einfach da irgendwas abgeschnitten wird und dann irgendwie anders geht. Und dann halt ein paar Meter weiter wurde die letzte Kurve nicht halt vollgas, rechts rumgezogen, dann wurde halt keine Schikane reingebaut. Das ist praktisch aber immer noch zu 99% das gleiche Layout. Und bei Großbritannien hast du ja nur noch zu 75% das gleiche Layout, weil hier jetzt am Unterschluss der erste Sektor ein komplett anderes Layout hat. Und das wäre halt, dass wir halt, dass wir jetzt halt dieses Season halt jetzt so fahren. So, ich fange dann erstmal natürlich mit der Lackierung an. Okay. Gucken wir mal hier vorne. Also wie gesagt, dieses Auto konnte ja schon praktisch Mercedes absetzen. Der konnte weniger früher, so wie vorher, wie Haas ausgesehen haben, also 2019. Er konnte ein bisschen schon wie Williams aussehen und er könnte schon ein bisschen aussehen wie Mercedes. Gelb? Ja, wenn es ein anderes Gelb wäre, könnte man sagen, das wäre Jordan. Hier könnte man sagen, frühestes Modell von Toyota. Aber wenn es hier noch ein blauer Akzent wäre, könnte man sagen, das wäre BMW. Ja, als Spider-Man will ich ja nicht fahren. Schwarz hatten wir ja schon. Eben Jackson, Kaspar Ackermann, der Wimbatter. Letztes Jahr war das hier, glaube ich, noch die 70-Jahres-Edition, aber ein Teil von Schumacher noch mit dem Design. Als diese sind wir auch schon gefahren, genau. Wir sind ja im ersten Jahr schwarz gefahren, im zweiten Jahr sind wir, glaube ich, das gefahren und im dritten Jahr sind wir jetzt das gefahren. Genau. Wie viele sind? Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn. Das sind die Skins. Da würde ich mal sagen, dass wir jetzt mal Toyota-Style fahren. Äh, Helm. Äh, ja. Aber ich suche mir jetzt noch einen Helm aus und den werde ich jetzt darauf beibehalten. Der Wimbatter, Kaspar Ackermann, ähm, Luxus. Okay, er konnte eigentlich, ich würde erst sagen, hier zu Dings passt zu einem Fahrer. Da gesperrt bist du, ey. Ah, das ist nicht halt vier, da. Da bleibe ich bei dem. Und Anzüge. Das werde ich dann halt gucken, dass ich da zeitnah hinkomme zu dem, was wir eigentlich im Team haben. Da muss ich aber kurz noch mal das bisschen für die Lackierung Kicks nennst du dich. Kicks gibt es nicht. Huch. Was kommt denn ansatzweise hin? Ah, das passt dann wieder eher zu meinem Helm. Ja, komm. Machen wir es so. Sind wir da wieder einheitlich? Team T-Dials, genau. Das ist das höchste Zielbonus. Wir haben 30 Konstruktionpunkte, 24 Millionen, wirkliche Einkommen 1,33. Wie bleibt denn so? So. Okay, jetzt haben wir es wieder. Okay, jetzt sind wir alle auf 100. Wie gesagt, Renault und Mercedes hatten wir schon. Wir hatten im ersten Jahr, wie gesagt, Renault, das zweite Jahr und dritte Jahr Mercedes. Dann würde ich mal sagen, fahren wir jetzt im vierten Jahr einmal mit Honda. So, dann geht es weiter. Wieder deine Fahrnummer aus. Als amtierender Champion darfst du in der Season verwenden. Möchtest du mit der Nummer 1 fahren? Nein. Okay, die neuen Teile sind aus der Fabrik gekommen. Wir bauen sie vor dem nächsten Grand Prix ein. Und ich will jetzt auch in Season 4 wieder alle Rennen durchziehen. Das heißt, wir fahren hier komplett jetzt den Rennen. Das heißt, wir fahren natürlich wieder zugemacht. Auf jeder Kalender, das hier natürlich vorgibt, natürlich. Okay. Wir haben vor einer Maßnahme zur Verbesserung im Moment und gerade zuerst ein weiterer bei der die Arbeitszeit leicht reduziert wird und das Personal jeden Tag mehr Zeit hat und ich weiß mal, ja. Ja, komm. Diggi, ich habe das erste Rennen noch nicht mal gefahren. Das ist schon eine C-Sympose, oder was? Willst du mich verarschen? Diggi, was ist mit euch los? Wie gesagt, ich hätte gerne die Nummer 88. Auch mein Auto. Passt schon. Aber machen wir halt mal eine Season Pause. Was sollen wir bei dieser Angelegenheit machen? Das Team hat beantragt, dass Schumacher bei einem regelmäßigen Meeting mit dabei ist, aber es gibt andere Termine, die damit Konflikt stehen. Wir wissen, wie Zeit für die Fahrer ist. Es ist nicht richtig, dass wir bei der Entwicklung... Wir sollten nun also überlegen, was wir fordern, dass Schumacher an den Rennen wenn ich ihn wieder ums abnimmst. Ne, die hat schon einen hektischen Zeitplan und wir wollen Erfahrung für den zweiten Fahrer. Ich weiß dir, dass du dich darum gekümmert hast. Die Abteilung weiß das zu schätzen. Dass er mal auch mal was machen kann. So. Um allgemein auch an sich nochmal Zeit zu sparen, meine Damen und Herren. Oh, fliegen wir die Trainings. Alles klar. Willkommen zur neuen Saison. Wir haben es ganz gut geschafft. Digi! Was wollte ich nicht? Das Spiel sind wir doch gerade komplett. Platzen oder was? Die E-Mail taucht immer wieder auf. Okay. Äh... Dann fahren wir das mit dem Rennen doch mal doch. Wir suchen gute Daten, die mit der Rennstrategie arbeiten können. Die Rennstrategie wird auch geflogen werden. Die Rennstrategie wird nicht mehr verbraten, sondern die Rennstrategie wird nicht mehr. Die Rennstrategie wird auf dem Rennstrategie streitet. Oh, da war ich zu weit von der Eglanlinie weg. Ich muss trotzdem die drei Runden fahren. Jetzt weiß ich gar nicht, ob Hamilton noch fährt. Den wir spätestens gleich im Tableau. Wenn er irgendwo auftaucht. Vettel hat das Team anscheinend gewechselt. So einfach Zaube. Wooh! Denny! Das war's. Das war's. Keep it up! Ich muss mal gleich eine andere Farbgebung für das Halo da machen in der Mitte für diesen Scam sozusagen, weil weiß auf weiß sieht man ihn nicht so sehr. Das ich dann eine andere Farbgebung gleich mache. Sofern ich natürlich die andere Farbgebung machen kann. Ansonsten... Das Ding da gleich raus lasse ich ihn ohne diese Anzeige da fahre. Fahrer. Das Test ist alles über die Fahrer-Management. Try to control the slip through each corner and take extra care putting the power down at the apex. Add the hook to the left. It's not a big turning use. It's a big issue with the push because it is ready to crush the left. It won't apply in the right hand. Also die Pindu hältst mich auf. Die Pindu hältst mich auf. Oh, hat alles anerkannt? Nice. Ich glaube, ich bin noch 16 Minuten. Okay, das ist ein Quarry-SIM. Wir haben die Zeit, die unsere closesten Rivalen werden. So das ist was wir müssen. Jetzt nicht mehr zu beat. Na klar, könnt ihr auch sagen, ich fahre 1 Nahrung Training 1, das andere Training 2, das andere Training 3, die ich ja in Season 1 glaube ich gemacht hatte, aber mittlerweile kriegt man es auch in 1 Training hin, alle Dinger zu schaffen, wenn man es gut ist, ansonsten maximal in 2. Ansonsten wenn ihr unsicher seid, wie gesagt, macht 1 Szenario jeweils in 1 Training, gibt da 3. Ok, Test complete and that was a very good job indeed, we got a lot of valuable information out of that. So, warte, ich hab alle Dinger durch, und hab aber noch 11 Minuten übrig. Tatsache, Lewis Hamilton fährt nicht mehr, Max Verstappen ist übergegangen, ok. Ja? 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 Die Session ist abgeschlossen, also sehen wir uns unsere Top 3 noch einmal an. Miss Monaco, Michael Schumacher und Sergio Perez. Was für eine unglaubliche Trainingssession, aber der Spaß ist damit noch nicht zu Ende. Der Rest des Wochenendes liegt noch vor uns. Der Rest des Wochenendes liegt noch vor uns. Ich denke, für euch ist es auch angenehmer, wenn man sagt, okay, mach lieber eine kurze Season als eine lange. Wenn man sagt, okay, man kann die 10 Rennen fahren und dann vielleicht wie hier, das sagt, ich fahre jetzt ein Training. Wo ich jetzt alles reinmache, sodass ich dann vielleicht auf 30 Minuten komme, in etwa 15 bis 30 Minuten. Okay, ich bin jetzt bei 28,5 Minuten jetzt, aber na, weil da vorher noch was kam. Also das erste und das letzte Video wird dann meistens immer ein bisschen länger, als die Videos dazwischen. Ich werde noch keinen Bock mehr machen und glaube, dass ich einen kleinen Händchen verheirgenden und nicht mochte, dass ich eine gute Idee habe. Ja, nach dem Rennen muss ich mir mal kurz einen Kaffee machen und vielleicht mal eine Wäsche hochholen und aufhängen. Jetzt habe ich vergesst, dass es nichts zu ändern ist. Egal. Ich fangen wo eigentlich mal weg, ne, Nose? Ich fangen wo eigentlich mal weg, ne, Nose? Und manche sich jetzt fragen, ey, wieso hast du Bachheim nicht reingenommen? Bachheim kam ja erst deutlich nach der 2000er Wende und bei 10 Rennen musste halt eins rausfliegen. Wie gesagt, sogar Großbritannien ist rausgeflogen, weil wie gesagt 25% oder sagen wir mal Umkehrschluss, die Strecke hat 100% und ein Drittel der Strecke ist komplett anders, habe ich auch erklärt am Feld in das Ziel zu Spanien, das ist die Strecke ja zu 100% gleich, nur dass halt die Kurven abgeändert worden sind, das heißt 99% ist die Strecke gleich und bei Silverstone ist halt der komplette Erstsektor anders, deswegen ist hier was schon raus. Es ist beendet und wir werfen noch einmal einen Blick auf die Strecke, Mr. Monaco, Leclerc und Pierre Gasly. Fürs Erste verabschiede ich mich von Ihnen, aber richtig los geht es ja ohnehin erst morgen. Seien Sie auf jeden Fall mit dabei, wenn es ums Eingemachte geht. Das ist richtig. Das ist richtig. Wahrscheinlich hat Hamilton darauf gehofft, dass ich ihn einstelle. Aber wie gesagt, ich habe schon mal gesagt, ich würde mich auch freuen, wenn wir das so machen würden, dass auch die Fahrer eine Anfrage stellen können, an mich als zum Team jetzt empfangen, ey, kann ich bei euch ab Mitte der Season oder ab nächster Season bei euch fahren, als dass ich mich jetzt immer einen raussuchen muss. Die Zeit für Tests und Trainings ist vorbei. Jetzt wird es ernst. Das heißt alles oder nichts hier bei Runde 1 der diesjährigen Formel 1 Weltmeisterschaft. Der Circuit de Barcelona-Catalunya ist 4,65 km lang und allen Fahrern von den Wintertests natürlich bestens bekannt. Das A und O ist hier Abtrieb. Er muss passen, vor allen Dingen dann, wenn es in die Kurve 9 geht, die, vorausgesetzt das Auto liegt gut, Vollgas genommen werden kann. Eine neue Saison, ein neuer Anfang und alles ist möglich. Neben mir sitzt Stefan Römer, um mit mir den Start eines neuen Jahres in der Formel 1 zu kommentieren. Wir erleben gerade die letzten angespannten Minuten vor dem Rennen. Alle machen sich ein bisschen Sorgen um die Verlässlichkeit der Wagen, denn beim Training waren sie nicht in den heißen Luftverwirbelungen hinter den anderen Autos unterwegs und mussten auch nicht für lange Zeit Räume nah an der Leistungsgrenze fahren. Hoffen wir mal, dass es für niemanden eine unangenehme... Vettel, Alpha Tore. Gehen wir die Startaufstellung der Fahrer für das aufregende Rennen von heute durch. Miss Monaco startet aus der Pole Position und daneben steht Charles Leclerc. Im Rest der Startaufstellung haben wir Gasly, Verstappen, Valtteri Bottas und Michael Schumacher. Norris, Perez, Sainz und Daniel Ricciardo. Vettel, Zunoda, Lance Stroll und Ocon. Eilett, Mick Schumacher, Luca Giotto und Nicola Latifi. Giovinazzi, Mazepin, Zhu und George Russell schließt die Startaufstellung ab. Jeden Moment werden die Startlichter ausgehen, also schalten wir runter zur Strecke für den Beginn dieses Grand Prix. Okay, wir haben den Pole. Jetzt kommen wir den Double mit dem Rennen. Jetzt kommen wir den Strecke für den Tinkler. Wenn jeder auf der letzten Reihe bremst ... Dann kann er und vergleichbar werden, ist er im Vergleich zu dem Sieger. Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 Okay, wir haben die Position verloren, versuchen wir auf den Fokus zu halten. Oh, ich bin am DR, wenn es okay ist. Oh, ich bin am DR, ich bin am DR, ich bin am DR. Ich bin am DR, ich bin am DR, ich bin am DR. 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 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 50 Tage oder 40 Tage für Zeit, um das einmal durchzukriegen. Es ist auf jeden Fall ein aufregendes Wochenende in der Formel 1. Begleiten Sie mich und Stefan bald wieder, wenn wir mit mehr Formel 1 Action zurück sein werden. Gute Arbeit auf der Strecke. Nun zu ein paar Fragen. Gab es heute auf der Strecke irgendeine ernstzunehmende Konkurrenz? Was würden Sie sagen, wer ist zurzeit Ihr größter Rivale? Wir waren gerade hinter mir. Leclerc war hinter mir eigentlich, ne? Ah, never know this. Danke für den Kommentar. Wir sind beide bei 22,44. 3,77 Millionen nur an Sponsorengelder. Wie ihr auch mitbekommen habt, habe ich da auch jetzt die Konstruktion 12 Punkte rausgekommen, weil das fand ich ein bisschen blöd. Da kam nämlich eines dazu mit 145 Millionen, dass wir Maximalausbeute machen sollten von 44, aber man kriegt es nicht immerhin und die niedrige wären 20. Deswegen habe ich gedacht, okay, ich nehme den Konstrukte komplett raus. Also als Sponsor-Geldziele. Da haben wir zurzeit ein anständiges Einkommen und sollten uns überlegen, wie wir die Gewinne anlegen, damit das Team bestmöglich davon profitiert. Kollege, das frage ich mich auch. Nicht da. Da muss man das, glaube ich. Persönliche Sticker, genau. Kann ich da die Farbe ändern? Leider nicht. Bei Fringenbogen habe ich auch keinen Bock. First, we have to finish. Da nehme ich keiner. Da, 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 da. So, ML3, genau. Das ist wieder der gleiche Inhalt, ne? Ja. Komm, den habe ich schon seit drei Tagen. So, das ziehen wir jetzt auch noch einmal kurz durch. Ja, das kann ich dann immer einzeln auf. Oh, habe ich jetzt übersprungen? Egal. Ich glaube, ich habe jetzt keine Ahnung, was ich daraus geben soll. Verträge, wie lange ging die Ablaufdatum? 13. Das heißt, also, wir spielen jetzt ein Jahr komplett mit dem hin durch, wahrscheinlich. Aber an dieser Stelle, meine Damen und Herren, bedanke ich mich für's zu gucken und wir werden uns denn in Season 4 im zweiten Rennen uns an dieser Stelle wiedersehen. Und wir gehen hier rein. Das ist Zeit, wir sind sehr gut. Oder. Vielen Dank.